Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Agent 127 bricht Fußstille. Habe Kitty Kalohr gesichtet. Ihren Auftrag erhalten Sie in der Zentrale. Dieses Eichhörnchen wird sich selbst zerstören. Aber zuerst eine kleine Tanzeinlage. Wie steht's, alter Knochen? Toll! Gut! Nein, nicht so gut. Ja, ich muss kotzen. Um es mit einer neuen Züchtung des Bösen aufzunehmen. Ich werde die Menschheit unterwerfen! Da braucht jemand ein Haarwuchsmittel. Müssen zwei erbitterte Feinde das Unvorstellbare tun. Katzen und Hunde werden zusammenarbeiten müssen. Bin ich der Einzige, der das für keine gute Idee hält? Von Warner Brothers Pictures. Oh yeah! Ich suche meinen Hund. Haben Sie ihn irgendwo gesehen? Ich liebe es, Hundespion zu sein. Das ist revolutionär. Drei Tiere überwinden ihre Abneigung, um ein Rätsel zu lösen. Ah! Echt professionell. Was denn? Bin ausgerutscht? Ich weiß gar nichts, sage ich dir. Mein Gehirn ist so groß wie eine Traube. Oder eine Rosine. Entweder eine große Rosine oder eine kleine Traube. Oh Mann. Kitty! Ich bin zu Hause! Stimmt es, dass du eine Stelle am Bäuchlein hast und wenn ich sie kitzle, dann zuckt deine Pfote? Nein, das ist nur ein Gerücht. Oh Mann! Oh Mann! Genau da! Cats and Dogs. Die Rache der Kitty Kalur. Wahnsinn! Was ist denn mit denen los? Hatten zu viel Katzenminze. Alter, sie hat mir zugezwinkert. Ah! Ah!